Sobald du Kinder hast, wird dein Leben ausreichend gefüllt sein. Ich habe also kein Recht auf eigene Entscheidung. Ich würde gerne bei Ihnen studieren. Ich freue mich über Ihr Interesse an der Sache. Ich hatte heute Nacht einen Traum. Eine Kameradschaft mit dem Ziel der geistigen Vervollkommnung. Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe. Ich kann ohne dich nicht leben. Willst du wirklich auf das Schönste im Leben verzichten? Das ist die Frau, von der ich immer geträumt habe.